Ich lerne Deutsch. Ich lerne Deutsch. Ich lerne Deutsch. Nummer 7179 Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Ich möchte den Patienten an einen Facharzt überweisen. Was denkst du darüber? Ich möchte den Patienten an einen Facharzt überweisen. Was denkst du darüber? Das sollte man sich genau ansehen. Am besten mit einer Lupe. Das sollte man sich genau ansehen. Am besten mit einer Lupe. Das sollte man sich genau ansehen. Am besten mit einer Lupe. Wenn du wirklich gute Musik hören willst, musst du Paul und seine Gitarre kennenlernen. Wenn du wirklich gute Musik hören willst, musst du Paul und seine Gitarre kennenlernen. Morgen mache ich meine Fahrprüfung. Ich bin ganz nervös. Bananen schmecken nicht nur gut, sie enthalten auch viel Kalium. Hast du den roten Föhn in den Koffer gepackt? Hast du den roten Föhn in den Koffer gepackt? Jetzt spare ich Geld, um im Alter genug zu haben. Jetzt spare ich Geld, um im Alter genug zu haben. Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Und gib uns bitte ein Like. Und gib uns bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Vielen Dank.